Äh, okay, und weiter geht's. Ähm, cool, Mann. Ja. Wir haben hier aufgehört und jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Pac-Man, Pac-Man, mit dir zusammen zu reisen ist anstrengend, weißt du das eigentlich? Und, oh mein Gott, was ist das? 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 Ja, guck es dir bitte an, Pac-Man. Ich habe nicht den ganzen Tagzeit eigentlich schon, aber es ist mir egal. Ich sage, ich hätte nicht den ganzen Tagzeit, damit du schneller machst. Oh mein Gott, was tut der da? Ja, Pac-Man. Äh, der Hobby-Techniker versucht sein Glück und er failed natürlich bei dem Gedanken. Los, nochmal. Hallo, hallo, du Arschloch, Mann. Pac-Man. Wie er einfach nicht immer reagiert, das geht mir so ein klein bisschen auf den Zünder. Da, los. Ja, rein, dich rein, Pac-Man. Pac-Man. Du bist doch ein Mann, also versteh dich mit, äh, kenn dich mit Technik aus. Und leiste dir was. Äh, bis wie? Ja, da. Bäm. Und, die alte Manier wird beigehalten. Natürlich, mit Gewalt kriegt man die Technik immer zum Laufen. Oh mein Gott, Pac-Man, du bist voll überrascht. Und, was ist es? Ja, Pac-Man. Wir sind stolz auf dich. Du hast es geschafft, dein Tor zu öffnen. Herzlichen Glückwunsch. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass du dazu in der Lage bist. Du hörst die Begeisterung in meiner Stimme, Pac-Man. Ich bin stolz, dein Spieler zu sein. Okay, scheiß drauf. Gehen wir nach rechts. Gehen wir nach rechts. Gehen wir nach rechts, hab ich gesagt. Danke. Und auf den Weg. Auf den Weg nach Vatania City. Äh, nein, Quatsch. Auf den Weg zur letzten ID, damit wir den letzten Boss, den einzigen Boss besiegen können, der gleichzeitig der letzte ist. Und damit ich dieses wunderschöne Spiel abschließen kann, worauf wahrscheinlich die meisten von euch schon selig warten, damit ich wieder vernünftige Projekte machen kann. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich es mit dieser Aufnahme gebacken kriege, weil ich hab keine Lust noch ein Video davon zu machen. Weil dann war's das mit dem Kurzprojekt, das ist dann eher schon ein Langprojekt. Station. Fahren wir mit der Bahn. So. Auf in die Stadt. Also, äh, sagt mir, soll ich Zelda spielen? Was heißt, soll ich Zelda spielen? Ich möchte sowieso Zelda spielen. Denn NES Zelda spielen. Pff. Ja. Mann, was ist heute los? Das NES Zelda-Spiel möchte ich spielen. So. Mein Gott. Also, als nächstes großes Projekt. Und, äh, wie gesagt, ich habe gehört, dass einige von euch meine F-Zero-Teile scheinbar ziemlich gut gefallen haben. Und wenn ihr wollt, fahre ich vielleicht noch einen Grand Prix. In F-Zero. Oh mein Gott, was ist das? Oh, es fällt von oben. Ha, ha, ha. Fall drauf. Bäm. Oh mein Gott, wir fliegen. Und es bleibt. Jawoll. Denn da muss ich rein. Da rein. Genau, Perkman. Ich fährt einfach mal rein. Der hat auch keine Manier, der Typ. Yeah. Uff, so. Und was verführt das hier? Ganz unerwartet. Wir gehen hier lang. Und? Genau, die Geister. Gehen Perkman mal wieder auf den Sack. Boah, das hört mich voll nerven. Wenn ich einkaufen gehe oder so weiter und mir dann irgend so ein scheiß Geist entgegenspricht. Hallo, hallo, ich bin ein Geist! Dann würde ich direkt mal sagen, ähm, nö, geh weg. Oder ich würde eher gesagt, nie wieder ohne meine Päckungen lassen rausgehen. Stell dir vor, du hättest keine Päckungen. Stell dir vor, du hättest keine Päckungen. Ja, wirklich, ich gebe dir die Hinterkopf und sag, du hättest keine Päckungen und werde durch den Supermessler gehalten. Genau. Und Pac-Man hat die letzte Idee gefunden. Und jetzt können wir endlich zum Boss. 15 Minuten, sagt man ungefähr. Das wird eng. Das wird mehr als eng. Yeah, yeah, yeah. Let's ID, yeah. Ja, ich habe so eine Angewohnheit mitzusingen. Wenn mir gar nichts anderes sein fällt. Aber das ist ja egal. Die Musik ist schön. Ich mag das Spiel. Auch wenn ich weiß, dass dieses Spiel sehr verhasst ist. Bei fast allen. Aber das ist mir egal, denn ich mag dieses Spiel. Ich finde es toll. Es macht Spaß. Es ist lustig. Ja, es ist lustig. Yeah, 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 yeah. Hi, Pac-Man. Und was jetzt wohl passiert wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte? Richtig, hier bei der Folge in diesem Plakatwand gebämmst. Thank you, Pac-Man. Mache ich doch gerne. Die Pfeiflauern, die ist gut. Denn wenn ich pfeife, dann muss ich hier nichts extra machen. Oh, Pac-Man hat es drauf. Guck mal, jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Akkobat. Yeah, komm, wir überlassen es dir, Pac-Man. Ja, natürlich überlassen wir es dir, du Schwachmat. Oh, yes. Ja, verbeugen wir uns einmal vor dem Meister Pac-Man. So ein Spacko. Ja, drauf. Los, drauf. Ja, fall, fall doch. Und wir fallen natürlich genau rechts vom Kohleautomaten, dass wir auf jeden Fall nochmal dran vorbei müssen. Stimmt's? Bitte, 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 bitte. Oh, yes, yes. Thank you, Pac-Man. Pac-Man, you gehst einfach weiter. Oh mein Gott. Der fände sich fast getroffen. Und da, da. Sie geht deinem Sohn fremd. Unternehm was dagegen. Sie geht mit einem anderen Jungen aus. Oder vielleicht spielst du einfach nur mit ihm, weil es ihr Bruder ist. Oder irgendwie so was. Aber scheißegal. Guck mal da, Pac-Man. Ja, da, werd sauer. Werd sauer, genau. Pac-Man, Emotionsschwankungen schlechthin. Tja, glaubst du, das hilft dir? Da. Guck, Christian Pac-Man. Ja, werd sauer. Und? Oh, meine Fresse. Ich muss ihn erst fröhlich machen, damit er sauer werden kann. Das ist schwachsinnig, aber egal. Wenn ich ihn abschieße, wenn er traurig ist, dann... ...bleibt er traurig. Wird jedenfalls noch trauriger. Aber wenn ich ihn abschieße, wenn er fröhlich ist, dann wird er sauer. Obwohl, so ohne Fresse seid ich gar nicht, oder? Ja, geht, geht, geht. Aber hier. Hallo, Pac-Man da. So, Pac-Man. Yes, werd sauer. Werd sauer. Und zerstöre den Hydranten. Den Hydranten des Todes. Und es bringt nichts. Pac-Man, du bist doch so blöd. Jetzt ist er sauer. Und jetzt macht das... Wenn ich diese Mechanik hier verstehen würde, würde er mir das durchaus bringen. Hallo, Pac-Man. Ich schieße da drauf. Das mache ich nicht umsonst, weißt du. Da. Guck mal. Hallo. Pac-Man, du verdammtes volldumes kleines Scheißkind. Geh da hin. Da. Guck mal. Äh, hallo. Cool. Bugs. Ich hab einen Bug im Spiel gefunden. So, und jetzt geh nochmal zurück. Und jetzt mach es bitte, wie ich es dir befehlen möchte. Danke, Pac-Man. Du kleiner blauer... Äh, gelber... Ja, genau. Los. Jawoll, geht doch. Ja, wow. Okay, und jetzt. Geh ab. Geh ab. Doch, vor Wut. Das ist unser Pac-Man. Fulerika. Oh mein Gott. Achtung, jetzt wird's laut. Bombs. Alte Schwede. Und rein mit dir. Äh, warte. Nein, rein da. Go in. Go in. Yes, Volltreffer. Okay.